Das Lager habe ich noch genug. Willst du jetzt Erz dealen? Ja, dealen mit Erz. Jetzt gehst du hin und Osama wäre schnell und sie haben schon wieder Erz und dann hast du zu wenig Platz. Und was machst du dann? Dann hast du Herpes. Herpes Genitales! Der Geschmack, der alles kommt. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Du und deine Familie, schlimm. Fall in den Bauch! Darf ich mal entspannen? Ich glaube, das Herr Baby ist gerade gestorben. Okay, er hat es doch geboren. Das ist gleich wie diese jungen Teenager, die immer früher schwanger werden. Und dann auf irgendeiner Bahnhofsscheisse gehen sie aufs Klo und dann plötzlich flutscht ihnen das raus. Und dann fragt man sie, was war und sie sagen, Ja, ich habe aber voll nicht gemerkt, dass ich schwanger war. Ich dachte nur, ich musste kacken. Und zack, da war das Kind. Ich habe aber voll nicht gemerkt. Und ich meine, wir haben sogar... Ich habe geschaut mit Ivan. Ich habe geschaut. Wir haben sogar Licht ausgemacht und Decke drüber gezogen. Hallo! Was seid ihr für Leute? Das ist heutzutage bei vielen Leuten so. Ja, also muss ich sagen, die allgemeine Wildung wird, äh... Für was brauche ich ein Kondom? Scheiss auf AIDS! Komm, wir treiben es wild! Mit 20 Jungen sterben! Ja, super! Und lebe schliesslich nur einmal! Das ist gleich wie dieses Lebensmotto YOLO! Super! Ich bin nur einmal jung, das weiss ich auch. Aber wegen dem muss ich trotzdem nicht alles machen. Also hallo, ich meine, nur wenn ich nur einmal jung bin, springe ich auch nicht vor einer Brücke auf die Autobahn. Nö, ich kann es nur einmal machen, wenn ich jung bin. Super! Mach es doch, wenn du jung bist, mit Augen machst du es nicht mehr. Ja, super! Ich meine, klar, man sollte es eigentlich immer geliessen, solange man jung ist. Aber irgendwo hat das Grenzen. Und dann heisst es nicht, scheiss auf AIDS, sondern... Ah, immer gut schützen, sonst nichts nützen! Wurde mir schon früh eingetrichtene Minimum ein Gobi drum! Auch das wurde mir eingetricht... Ja, bei deinen Incess Partys, gell? Nein, nein, ich war nur Kameramann. Aha. Ja. Aha. Ich habe einen Nebenberuf. Aha. Warum lehne ich mir so viel deine Kamera aus? Noch nie nachgedacht. Wie viel ist das für eine Kamera? NECKS! Im Namen des Vorsitzenden CEO ist das Teladio-Unternehmen erfreut, mit ihnen gewinnbringende Geschäfte zu machen. Ja. Wisst ihr, was schön ist? Eine Erinnerung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ist jetzt deine nächste Folge zu sehen? Ein nasser Finger im Hohr! Hehehehehehe! Meister zum Schutzstrategien richtiger Punkte eingesetzt. Okay, der war meins. Ich rief jetzt das Erz ab. Erz? Erz. Verkauft. Erz hat Erz verkauft? Braucht es Erz für Squashminen? Nein, die werden aus Plastik gefertigt. Ich habe ja gedacht. Erz, das ist Metall. Mhm. Das ist ja so etwas Metalliges. Also, Erz. Erz. Erzgeschleimte Kaffee zum Beispiel. Mhm. Und jetzt heisst es warten. We wait. Bitte warten. Loading feels. Und was ist das für ein Songes? Kohle. Kohle Kohle Kohle. Kohle 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 Kohle. Kohle 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 Kohle. Kohle 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 Kohle. Squashminen Anlage. Erz. Diese Fabrik stellt Squashminen here. Machen wir eine Pause. Ok. Langsam wird es mir zu lang werden. Wie ihr vielleicht hören könnt. Das war gerade ein Gähner. Ich glaube, es wird eine lange Nacht, wenn wir uns zu tun gehen. Oder machen wir die Nacht los? Ich glaube, wir schlafen nicht viel, oder? Wir haben ein anderes zu tun. Zu essen. Ich habe nur mitgesungen. Ich kenne dieses Lied. Wir sollten mal ein Lied zusammenführen. Diese Fabrik stellt squashed. Undockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Es wird spät. Da bekomme ich AIDS. Da bekomme ich AIDS. Du, ich bin voll tolerant, aber... Schwur sein, das geht aber nicht. Ja, das ist etwa genau. Oh ja. Nein, 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 nein. Ich habe keine Vorteile gegen andere Leute. Aber Schwur sein, das geht gar nicht. Diese Leute haben wir am liebsten. Die würde ich sofort aufessen. Ich bin sehr tolerant. Kannibalismus? Nein, 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 nein. Das geht absolut nicht. Nein, 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 nein. Und da fehlte ihm ein Stück vom Arm. Ja, und das war die mit dich beim Ausbrin. Oh. Nehm mir die Pfeiltasten. Ich benutze den Aero. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden CEO ist das Teladio-Unternehmen erfreut, mit Ihnen gewinnbringende Geschäfte zu machen. Willkommen an Bord. Kaupe! 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 Und alles. Squashmine gekauft. Yay! Wie viel haben wir 48? 48 von 100. Nicht 200, nein 100. Zum Glück. Das wissen wir. Ich geh dann mal. Wie heisst das in der Web-Bund? Oh! 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 Apropos! Ich muss dir etwas zeigen, wir haben ja kurz Zeit. Ich habe heute Morgen eine Folge von Family Geiger. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% Iniziere Sprung. Oder liegt was Süsses? 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 Erreiche System Gunnus Kreuzzug. Oder liegt was Süsses? Was? Ja! Wie gesagt. Haben wir jemanden unter euch, der den Rubik's Cube Würfel lösen kann? Ich schon. Was ist das? Falls es jemanden kann, soll er einen Kommi schreiben. Ich schaffe es in weniger als zwei Minuten. Piratenbasis. Obwohl die Piraten ihre Basis als Raum... Undock Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Ich war gerade am Essen. Ich fühle mich! Ich höre mich etwas, das ist YEAM! Was clamps du, oder? Das istczyć! Ich bin einer! Im Läh! Ich bin noch nie gegangen! Hey! Tittet er! Handel! Andock-Vorgang erfolgreich! Hallo Kumpel! Ein herzliches Willkommen an Bord unserer Pirat... Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt! Wo bin ich gewesen? Segenhaft! Hahahaha! Und Zack waren im Gesicht! Blutest du oder ist das die Träne? Das bei der Nase. Ah. Ablopfen! 52, verglieder Scheiße. Süßer Böfter. Herpes Genitalis. Geht auch. Was war jetzt eigentlich genau mit deiner Familie? Was behaupten die? Ah, ich weiss nicht von was du sprichst. Aha, also behauptest du das? Nein. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Formulieren Sie Ihre Anfrage. Wie können wir Ihnen helfen? Ich habe... Das wird alles andere als einfach. Und wir schützen Sie die Aufgabe... Nein. 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 Ich brauche Squash Minen. Squash, Squash, Squash. Geh doch zu den Squash-Pontagen. Geh mal nach Altes. Sprungantrieb wird geladen. Zehn Prozent. Zwanzig und Kleck. Das hat eine Piraten-Basis. Äh. Geh mal. Herpes. Ich bin echt die Blüte. Du, ich habe keinen Platz mehr. Nimmst du mal die Squash-Mine. Altes. Ja. Danke. Geh nicht auf den roten Knopf drücken. Auf welchen? Den du gerade drückt hast. Ähm, du hast sie gerade alles scharf gemacht. Piraten-Basis. Obwohl die Piraten ihre Basis als braun... Was machst du da mit der Squash-Mine? Tauber umspielen. Oh. Wieso kommt das so leise? Ähm, der will uns gerade in die Luft springen. Ich kreise lieber ab. Sprungantrieb wird geladen. Zehn Prozent. Zwanzig. Schau. 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 Erreiche System. Wir haben gerade ein Puppe-Kommentage bekommen. Hehehehe. Das gibt es manchmal. Ich sage dazu... Trampfabrik. L. Alpha. Trampfabrik. Glückspalast. L. Stalfabrik. M. Alpha. Squash-Mine. Diese Fabrik stellt... Ach, ich wollte es noch ein bisschen. Also krank bin ich eigentlich immer. Undockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Irgendwie. Nichts wegen Familie aber. Das kann man nicht immer so fröhlich sein. Das ist doch nicht krank. Wer ist das? Das bin ich recht wie verrückt. Mh, nein. Äh, Schwester. Mh, nein. Es war der Penis, Mann. Du weisst, wir haben Richtlinien, YouTube-Richtlinien, die wir behalten würden. Ja, wer schaut dieses Video schon ganz durch und sieht, dass ich einmal dieses verbotene Wort namens gesagt habe. Jojo, und ich spreche ein wenig Mundart. Mann, ist das stinklangweilig. Also für alle, die das Game nicht haben, kauft es euch nicht, das ist stinklangweilig. Ja, man muss sagen, die Reisezeiten sind langweilig. Aber wie angekündigt, die, die es gesehen haben... Was, wie Lager angekündigt? Wie angekündigt, wie was ihr seht. Im Namen des Vorsitzenden CEO ist das Teladio neben der Freude mit Ihnen gewinnbringende... ...verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Sie brauchen wieder Erz. Der Besitzer des Frachtcontainers... Ich muss jetzt kurz aufs Klo. Ja, einen Gast weniger. Und da ist er verschwunden. Sprungantrieb wird geladen. 10% 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 70% 40%, 90%. 20% 30% 21% 21% 23% 23% 24% 23% 24% Wir erhoffen, uns bald am neuen Hauptquartier erfreuen zu dürfen. Ja. Kontrollzentrum. Undockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Im Hintergrund hört man es. So, hehehehe. Schnee wie sie kreie und rabenschwarze Schnee. Das habe ich mir lebte noch gar nie gesehen. Schnee. Ah, hey. Scheisse. Wenn du mich da aufhörst, dann leg ich hier einen Strip hin. Gut. Nein, nein, ich sage lieber nicht. Du weisst, ich stehe zu meinem Wort. Ja. Deshalb sage ich nichts. Hebe. Ich bin wieder hier mit frischer Power. Habe ich die Spülung nicht härtet? Egal, lass es sein. Okay. Soll mein nächster den Haufen wegputzen, den ich vom Garten gesetzt habe? Sau. Nein, Hund. Nein, Hund. Andock-Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Sie können festlegen, zu welchem Preis andere... Wie angenehm einem jemand ins Ohr bereist. Erz ist das verbreitetste Mineral im Ges... Erz. Transfer... Was sagt ihr anders, Computer? Ähm... Nichts Positives. Wohnt nicht weit von hier. Nicht? Sprungantrieb wird geladen. 10% 20 30 40 50 60 70 80 90 Iniziere Sprung. Und dort gehen wir so gegen links drauf an der Bäckerei vorbei. Und dann der Adernag der rechten Seite. Wurde ich gleich von mir? Wir könnten auch hier querfeldein... Und dann einfach hier Adernag unter und dann sind wir schon dort. Aha! Das ist voll geil! Ja! Du solltest etwas mit Ananas-Fisch-Computer anfangen. Erreicher System! Brauchloh-Plantage! Quasi dorthin rollen! Ist der nicht gemeint? Dann könnte ich quasi äh... Ananas mit Fisch essen und dazu am Computer sitzen? Nein! Ein Computer essen und Ananas mit Fisch schauen! Ah! Habt ihr schon einmal einen gekreuzten Ananas mit einem Fisch gesehen? Das gibt einen Computer! Was? Hast du Nägel? Nein! Hast du Brot? Der Klassiker! Aber ich habe eine Nagelpistole mit Nägeln! Er nagelt die Pistole! Nein! Also ja, aber es war eine Brigeter werfen! Okay! Aber sonst stelle ich mir das ein bisschen schmerzhaft vor. Und vor allem wenn die Nagelpistole dich nagelt. Tudumtudumtudumtudumt! Ah ja! Tifa Klaus! Tifa! Hast du gehört? In Asteraion hat das Busch-Brennen gegeben! Oh! Ich habe gedacht Klaus sei nach Österreich in die Ferie! Oh! Apropos, ich habe etwas Haariges gesehen das gerade durchgesprungen ist. Ich glaube es war unser Kopfelsaft! Oh! Erzähl doch mal eure Geschichten! Es war schön! Wir waren alle mal in die Ferie! Im Namen des Vorsitzenden CEO ist das Teladio da! Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk nähergestellt! Und wir hatten Apfelsaft, den wir vom See hatten. Der, ähm... Erz ist das verbreitete Simulator! Erz verkauft! Und ein Kollege nahm dann einen Schluck da raus und speit ihn schnell wieder aus. Und wir lehrten diesen Apfelmost weg. Was für mich war so ein hartes Shell, das sich wohl gebildet haben muss. Seitdem springt uns dieses Haarbüschel überall hin her. Egal wo wir sind. Wir sind auf dem Minecraft-Server. Es kommt uns hinterher. Wir sehen es auf dem Minecraft-Server. Es ist einfach überall, aber doch nirgends. Man kann es nicht vernichten. Irgend einmal werden wir daran sterben. Ja, das ist unsere Geschichte. Ja, das ist unsere Geschichte. Ja, das ist unsere Geschichte. Es ist alterhaft! Das war nur... ein Tondeffekt. Wir haben ein kleines Problem mit dem Ton. Und haben das wohl rausgeschnitten. Wo warst du? Hier sind wir wieder. Schauderhaft. Schauderhaft? Apropos. Hast du ihm nicht gesagt, dass ich dir... nach den Werden... nach den Werden... nach den Werden... nach den Werden... Weiss nicht. Wäre ich vielleicht noch... Diese Fabrik stellt Squashmine. Ja. Wieso? Bleibst du hier? Das ist hier die Frage. Ja. Ja, dann ja. Wie hat man das hier so ausgemacht? Ja, glaube ich. Weiss nicht. Eben! Damit wir genügend Zeit haben... uns um 12 Uhr morgens... also in der Nacht... 0.00 Uhr... irgendeines Lenders... oder ein SCP... reinzuziehen. Ähm... Noch etwas dazu. Jetzt musst du mir genau zuhören. Nur zuhören. Schnee! Ich hoffe es hat wehgetan. Langsam tut mir die Hand weh... und seine Wange wird immer wie röd. Wenn es über die Wangen mehr... Ja... Er hat den Wangen mehr... Wollte... Teladi Handels... Teladi Raumstationen... sind grundsätzlich funktionell... aber nicht auf Komfort ausgelegt... ...aber nicht auf Komfort ausgelegt... Nehm ihn in den Mund... und sagt Bruno... UNO! 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 Also wenn das noch lange geht... schau halt sich ja dieses Tutorial niemand an! Tutorial? Jaaa... Let's Play! Dieses Let's Play! Hallo! Let's Play! Ich schau mir kein Let's Play an... das 100 Jahre geht! Habe ich Bestes zu tun? Ich bin nur einmal jung! Du! Dafür gibt es eine Vorspul-Funktion! Ja aber vielleicht verpasst man da etwas Wichtiges... und unsere coolen Sprüche sind nicht drauf... Vielleicht hört ihr das was ich jetzt gerade gesagt habe... auch nicht? Für was habe ich es dann gesagt? Ja... Ich habe die ersten Mission... In diesem... Im Namen des Vorsitzenden, CEO... ist es Teladie-Unternehmen erfreut, mit Ihnen gewinnbringende Geschäfte zu machen. Willkommen an Bord! Grafik Bella! Grafik Bella! Grafik Bella! Grafik Bella! Wieso? Es ist nicht rund! Ich muss ja auch nicht so tun! Woh... es ist nicht rund! Squashmine, gekauft! Wir brauchen noch etwa 50... und wir haben 10... also noch 40... Ich drehe durch... nein 42... Achtung! Der Sektor-Rundflug mit der Flugnummer 1, 6, 1, startet in 10 Misuras. Ich wiederhole. Der Sektor-Rundflug mit der Flugnummer 1, 6, 1, startet in 10 Misuras. Ich muss mir wirklich noch in diesem Let's Play, dieser Mission zu Ende spielen. Ich bin kaputt. Es ist böse. Ich will in ein Gefecht einsteigen. Genau, kämpfe in eine Lunde. Was hast du vor? Die Zeit ein bisschen vorspult, damit es schneller geht. Okay. Was gibt's? Es interessiert mich nicht. Eine Banane plus einen Apfel plus eine Birne. Eins. Frucht kaputt. Nein. Ich kann es doch nicht Bananen mit Äpfeln dazu zählen. Also ehrlich, nein, 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 nein. Ich esse jetzt diese Bananen, die auf dem Pool trägt. Okay. Wie komme ich am besten hier hin? Oh, da steht ein Bier. Glas. Guten Appetit. Weisst ihr unsere Vorfahren? Die Aßen Bananen. Einer vielleicht. Direkt auf unser Luigi stammt von einem. Ich bin das Hund ab. Ich bin nur... Nein, ich glaube, wer stammt von einem. Und ähm, wie heisst der Schelf? Pluthark. Mineralientransporter. Keine Waffe installiert auf diesem Schiff. Wie weisst du ihn an? Weisst du was? Ich habe eine Bucht. Ich habe eine Bucht. Nein, 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 nein. Ein Spezial... Versorgtes Schiff. Ich habe mich selber. Mit... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Etwa... 72. Nein, und da ist es. Ich glaube nicht. Nein, es erscheint mir wie 40. Jetzt... Ja, mindestens. Ab eingehende Nachricht. Und jetzt macht er dasselbe. Ähm... Gruppe mit Nachschub versorgt. 14 Einheiten in Squash-Schminen wurden an den Gruppenführer vom DSI-Energietransport transferiert. Was haben wir jetzt? 14 oder was? Hm? Ähm... Nein, wir haben 10. Vielleicht ist es an deine Basis geschickt worden? Nein. Der will... Squash-Minenanlage, Alpha. Plutarch. Mineralientransporter. Mann, ist das lang. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, initiere Sprung. Juni, Juli, Juli, August, September... ... 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 Du! Du musst meinen Arsch aufhalten. Ich muss meinen Arsch aufhalten. Ich sehe, ob ich mich glauben habe. Ich habe einen Knopf. ich hab dich angerufen Wir brauchen deine Ereignisse Das ist die 9 Ich bin die Ereignisse 9 8 9 8 7 6 5 4 3 2 Wow! Und da ist es ja! So viel dazu! Ja, super! Hoi zusammen! Etwas schweizer Geld ist! Undoc-Vorgang erfolgreich! Im Namen des Vorsitzenden CEO ist das Teladio-Unternehmen erfreut, mit Ihnen gewinnbringende Geschäfte zu machen. Willkommen an Bord! Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt! Nostrabelle! Wo ist nirgendjemand anderes? Ich bin jetzt tot! Ich bin jetzt toter Hund! Aha! Ich lege mich jetzt auf den Boden und spiele Toten Hund! Ok! Einen weniger! Eine sehr zerstörerische Mine! Meist zum Schutz strategisch wichtiger Punkte eingesetzt! Achtung! Diese Mine besitzt keine Freund-Feind-Kennung! Kennt ihr das Gefühl, wenn jemand einen epileptischen Anfall hat? Im Moment! Ich bin ein Deutschgeber von Max-Mann. Und was gibt's noch? Ich bin ein Harry-Kennung! Also Dich rede ich... Sprungantrieb wird geladen... 10% 20% Fliegen wir mal weit weit weg... Sind wir schon da? Nein. Sind wir schon da? Nein. Sind wir schon da? Ja! Boras Produktion? Ihr Produktion Boras? Computerwerk. Aufklärungsdrohnenfabrik. Königliche Handelsstation der Buronen. Lass diese arme Frau einmal aussprechen. Bugas Produktion. Militärische Aussenpost. Königliche Handelschipwerk. Asteroid. Nein. Ein Asteroid. Danke, dass du uns was gesagt hast. Kleine Squashmine. Argon. Waffenhändler. Ja. Non troöer. Oh. Don du Joel? Ich habe mir noch den Muschlisten mit Grosse Ältere dabei. Da sieht man. showcematically Toch Montalario. auch eine sehr zerstörerische mine meist zum schutz strategisch wichtiger punkte eingesetzt achtung diese mine besitzt keine freund feindkennung sprung antrieb wird geladen zehn prozent zwanzig aber das hinterste das schnee kostet 3000 franken in der sekunde jagen dr die Aussenposten. Dieser Aussenposten dient als entlegene Operationsbasis für Militärische... Gute Entscheidung. Dieses macht mich noch kaputt. Trainiert in mehreren Kampftechniken... Eine sehr zerstörerische Mine. Meist zum Schutz strategisch wichtiger Punkte eingesetzt. Achtung, diese Mine besitzt keine Freund-Feind-Kennung. Als verdammte Hundertskoschwilen, die überall legal sind. Nein, die sind auch illegal. Das sind illegale Waffen. So viel mehr Rüst. Darum kann jetzt jeder beliebige Station kommen. Ich gehe mal nach Senator ins Ödland. Nein, nicht zu Senator Hanfung. Das ist sehr, sehr weit weg. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Ich habe jetzt nicht in Gott keine Eins. Ich glaube ich auch mehr. Und wenn sie haben, dann haben sie viele. Weil niemand abgekauft. Wieso? Weil es viel ab dem Gebiet ist. Okay. Und sonst bekommen wir Herpes. Erreiche System. Senators Ödland. Woh, 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 woh. Ich gehe hier weg. Was war es das? Das? Yaki. Yaki Q. Yaki Q. Hehehe. Pikachu. Ein TL Transporter. Schiffswerft. Ja. Schiffswerft. Er Yaki. Kannst du jetzt schauen, ob sie Dings haben. Ja. Jeder mit ein paar Credits in der Tasche kann nun Aktien für eine Vielzahl von Waren. Ich habe es gewusst. Suche, wo es sonst noch gibt. Sprungantrieb wird geladen. Zehn Prozent. Geil. Knapp. Knapp daneben ist auch vorbei. Zum Glück. Erreiche System. Raumkrautplantage. Traumfabrik. Er Glückspalast. Er Trampfer. Teladi. Squashminenanlage. Diese Fabrik stellt. Ja, hier. Super, hier. Undockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Gibt es nicht dreihalbe dazu, wenn man die gackt? Diese Fabrik stellt Squashminen her. Ich will doch nur diese Squashminen. Terracorp. Fragguttransport. Wieso? 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 Wieso machen wir die so schwer? Können wir die so schwer? Können wir nicht einfach aufhören? Nein, können wir leider nicht. Wieso nicht? Ich weiss nicht geht. Wir können dieses Let's Play unterbrechen und später weiterfahren. Jaaa, könnten wir. Nicht könnten, sondern machen wir. Jaaa, machen wir. Machen wir wirklich? Mhm. Eine Ausnahmepause. Jetzt. Okay. Sobald ihr angedockt seid. Okay. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden CEO ist das Teladi-Unternehmen erfreut. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Squashmine gekauft. So. 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 Und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Wünsche ich auch an alle Piloten. Rhym?